Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr zur Indes-Auslosung eingeschaltet habt. Wir ziehen hier heute zwei Gewinner, die mit einem Indes-Key rausgehen. Aber bevor wir diese ziehen, möchte ich mich an den Entwickler richten, das sind die Sulfa Studios. Danke Leute für die zwei Keys. Ist nicht selbstverständlich, dass man die kriegt. Und ja, danke dafür. Ohne euch hätte das Gewinnspiel hier jetzt nicht stattgefunden. Von daher kann ich mich nur bedanken und ja, ich muss mich auch an die Leute bedanken, die hier zahlreich mitgemacht haben. Es waren jetzt 29 Leute an der Zahl. Echt genial Leute, danke schön für die rege Teilnahme. Ist für mich so ein kleiner Rekord, glaube ich sogar. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, beim letzten Mal waren es 20 Leute. Ja, wir reden jetzt aber hier nicht lange rum. Sehen die zwei Gewinner jetzt und ja, ich drücke allen natürlich die Daumen. Nicht jeder kann gewinnen, ist ganz klar, aber ja, wenn ihr nicht gewinnt, macht beim nächsten Mal wieder mit. Vielleicht habt ihr dann Glück und los geht's. Und, und, und. Es hat gewonnen, der Roadrunner und der Wuffel. Ja, Wuffel. Hast du Glück gehabt? Den Wuffel kenne ich. Der guckt immer die Box-Videos gerne von mir und schaut hoffentlich auch trotzdem in den anderen Videos schon mal rein. Roadrunner ist mir jetzt kein Begriff, aber ja, trotzdem herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und ja, Leute, die jetzt nicht gewonnen haben, tut mir leid. Macht einfach beim nächsten Mal wieder mit. Und ja, ich bedanke mich trotzdem für die Teilnahme und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.